Zimmer, Achtung, Februar ist da. Ist im Februar viel Schnee und Eis, wird der Sommer heiß. Wo hast du denn die Weisheit her? Aus einer Überlieferung. Aber mit Dresden hat das wohl nichts zu tun. Ja, weil ich hier an diesem gelb-schwarzen Mast stehe. Nein, wir sind ja hier in einem der kältesten Orte Deutschlands, in Kühnheide, Marienberg. Kühnheide ist ein Ostteil von Marienberg. Der kälteste Wohnort. Ja, ja, kannst du sagen. Da wohnen die Winterharten.